Mein Name ist Michaela Richter. Ich bin die geschäftsführende Gesellschafterin des Hotels Marburger Hof. Ich habe das Haus im Jahr 2007 übernommen und danach war das erste große Ziel, die erste Homepage zu machen, 2007. Dann war irgendwann die erste Homepage altmodisch und im Jahr 2017 sind zwei Mitarbeiter von mir zur ETB gefahren nach Berlin, um dort nach Anbietern zu suchen, wer für uns eine Homepage machen könnte. What we do is creating beautiful, outstanding Websites for our hotel clients all across the world. Profitroom war eine davon, von diesen sieben Adressen und es war dann die, die uns am besten gefallen hat, die alle unsere Anforderungen erfüllte, die alle Schnittstellen abgedeckt hat für die Systeme und wo wir einen Partner gefunden haben, der uns ein Rundumpaket anbietet. Also wir haben nicht nur eine Homepage, sondern wir haben einen funktionierenden Channel Manager, wir haben eine funktionierende Buchungsmaschine und das war uns wichtig, dass wir alles aus einer Hand bekommen. Also wir konnten nicht vorhersehen, dass die Buchungen über die Direktbuchungen über 50 Prozent ansteigen würden. Das war überhaupt nicht vorhersehbar. Also wir hatten bei unserem vorigen Anbieter das Problem, dass es öfter zu Überbuchungen gekommen ist und mit dem Channel Manager von Profitroom haben wir überhaupt kein Problem. Es hat von Anfang an reibungslos funktioniert. Und deshalb, also für mich ist Profitroom die beste Lösung, die es momentan auf dem Markt gibt. What was exceptional in the process of creating Websites for Malburgenhafen was that we've gathered many people all around Profitroom-Teams. Not only Interactive Team was involved in creating the Website, not only was a team of Graphic Designers, Frontend Web Developers, Project Managers or Content Managers, but also we've engaged people from Revenue Management Team, from Customer Success Team, SEO Team and many more that could contribute to the common success. Profitroom ist für uns ein enormer Gewinn und das liegt daran, dass für uns die Systeme von Profitroom funktionieren. Und wir haben jederzeit eine Betreuung, einen individuellen Ansprechpartner. Es war sogar so, dass am Anfang jemand von Profitroom hierher gekommen ist, um mit uns gemeinsam das Konzept für die Homepage zu entwickeln. Und das Preismodell bei Profitroom ist ein anderes, weil Profitroom einen kleinen Prozentanteil pro Buchung erhält. Profitroom wird auch alles tun, damit wir mehr Direktbuchungen generieren. Und genau dieser Fall ist eingetreten. Für uns als Hoteliers ist es natürlich wichtig, mehr Direktbuchungen zu bekommen. Und da muss ich sagen, sind wir mit den Marketinglösungen von Profitroom sehr zufrieden. Wir haben es also innerhalb kürzester Zeit geschafft, mit einem relativ begrenzten Budget mehr Besucher auf unsere eigene Homepage zu bekommen und dadurch mehr Buchungen zu generieren. Dynamik Remarketing in Google ist so successful, weil es gezeigt wird, weil es die Leute, die die Prozess in der Booking Engine starten, aber sie nicht fertig sind. Und wir benutzen eine Dynamik-Produkt-Fit, um sie zu zeigen, eine spezielle App mit dem Hotel-Offers zu zeigen. Diese Campaign ist sehr normal für E-Commerce-Businessen, aber es ist nicht in Hotel-Industrie. Deshalb denke ich, diese Campaign ist so erfolgreich. Seitdem wir mit der Homepage von Profitroom arbeiten, haben wir ca. 70% mehr Room Nights generiert. Und zwar direkt generiert. Also über die eigene Homepage, über die Buchungsmaschine von Profitroom. Wir hatten sogar Monate, in denen wir über 100% mehr Room Nights im Vergleich zu unserem vorherigen Anbieter generiert haben. Dadurch haben sich die Buchungen, die über die O-Tars bei uns eingegangen sind, wesentlich reduziert, worüber wir natürlich sehr glücklich sind. Mit dem Marketing-Paket und dem Channel-Manager zusammen haben wir eine Lösung gefunden, die alles aus einer Hand bietet. Und das kann ich jedem Hotelier nur empfehlen. Profitroom ist prima. Wir haben das dann noch. Wir können uns auf die Obaktionisten für k estas. Wir können uns halt echt auf die Bibel hinein reinschauen.